So, Dortmund gegen Atletico. Dortmund gegen Atletico. So, auch da wissen wir, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Das waren 1 zu 1. So, wer spielt daheim, wer spielt auswärts? Daheim spielt Gott. Oh, das ist alles gut. Das ist alles gut. Oh, das ist alles gut. Das ist alles gut. Vielen Dank. 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 So, ich bin auch wieder online. Vielen Dank. Vielen Dank. Zuerst. Okay. Oh, okay. Thank you. Oh, okay. So, 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 so. Ah, schade. Oh, okay. Oh, okay. So, 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 so. Rolls, so, 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Atletico sieht aus, der Titelverteidiger kommt wieder ins Halbfinale. Ja. Oh, das musste gar nichts sein hier. So... 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 So...